Der Deutsche Handballbund, DHB, hat den Vertrag mit dem Nationaltrainer Alfred Gislason verlängert. Diese Verlängerung ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Der neue Vertrag ist datiert bis 2027, schließt also die dann stattfindende Heim-WM mit ein. Voraussetzung ist, eine erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr gelingt das nicht, endet Gislansons Vertrag noch 2024. Die Olympia-Qualifikation wird im März in Hannover gespielt. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.